Dann ist Hallenstein schon wieder verloren. Warum habt ihr heute verloren? Wir hatten keinen guten Start. Wir waren schnell 2-0 hin. Das hat sich ausgemacht. Ich glaube, nachher haben wir einen richtig guten Tritt gefunden. Wir hatten ein sehr gutes zweites Drittel. Im Drittel waren wir ebenbürtig, nur haben wir sie nicht eingedrückt. Und ich glaube, diese 5 Minuten Unterzahl kurz vor Schluss ist natürlich schwierig, um nachher noch einmal zu reagieren. Wie geht es jetzt weiter? Hier trainieren, hier arbeiten, fokussieren und viel Freude haben. Auch wenn es nicht so läuft. Man muss Freude haben und einfach das Maximum aus einem rauszuholen, damit es gut kommt. Und mit wem alles geht es weiter? Mit allem. Wir sind eine Mannschaft, wir stehen alle zusammen und wir gehen in eine Richtung. Und es geht nur so und nicht anders. Da gehören auch die Trainer dazu. Auf jeden Fall. Danke vielmals.